Naja, hier ist es ein Schiff. Wäre geil. Ich habe eine Sausage. Ja, dort ist die Nesse. Cool. Ich werde es nicht probieren, aber es ist geil. Es geht nicht so schlecht aus. Das ist sehr geil hier. Pöttinesse hier. Wie ist die grosse Nesse da? Am Abbingen. Das ist total happy. Mario ist am Feiten, am Feiten, am Feiten. Aber er macht's gut, er macht's gut. Jawoll. Das ist der Master. Desaster. Aber das geilste Teil ist der vom Sandro. Rast rein, auch Sonne. Der von ihm hier. Das Ding ist so geil. Ja. Oder schnell. Abcheck. Eww. Ja, schöner. Das gibt viel Focken. Ja, voll. Ja. 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 Komm schon, spring! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Wingman! Wir können den Wingman hören! Wingman! 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 Ja, jetzt hat der Wind komplett abgestillt. Jetzt müssen wir hier um die Dune laufen. Das heisst... 10 Meter vorwärts das Reindrücken oder so. Mir gefällt Zinaf hier. Richtig cool! Einfach schön! Einfach schön! Einfach schön! Ja! 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 Perfekt! Ja! Unsere Sicht vom Camping aktuell! So sieht die Dune von hinten aus! Oschig, Oschig, schöne Gegend hier, wirklich, du hast nichts zu sagen, es wäre krass, 5 Sterne, ein Kaufszentrum, ich wäre versnobbt, krass wie Nav, das habe ich noch nie gesehen. Das ist ein bisschen schief. Schief! Schief! Gradien! Ja! Ja!